Rheinstein gegen Bau! Gerade gegen Mettingen 3-0 gewonnen. Ember, wie fandst du das Spiel? Ja, also ein schwieriges Spiel auf dem Untergrund. Ziemlich hoppelig der Platz, aber wir hätten eher vielleicht ein paar Täuschungen nutzen sollen in der ersten Halbzeit. Dann hatten wir so 20 Minuten für die Stunde in der ersten Halbzeit, wo wir einfach nicht aggressiv genug sind. Wo wir vielleicht wieder ein paar Prozent zu wenig geben, auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen. Aber alles in allem, denke ich, verdienter Sieg. Ja, dann geht's Mittwoch schon wieder weiter. Gut, dass wir so einen großen Kader haben. Oder was sagst du dazu? Bitte? Gut, dass wir so einen schönen großen Kader haben. Absolut. Morgen Training. Wird eine lockere Sache. Hoffe ich für mich. Ja, ich denke, fast hat es vom Spiel gesagt, wir werden viel rotieren. Schwierig mit sieben Spielen in 22 Tagen. Ja, läuft ja bei dir in letzter Zeit. Heute zwar nicht getroffen, aber gegen Recke und Tecklenburg. Türchen gemacht. Ja, ich bin zufrieden dafür, dass ich drei Monate nicht da war. Gegen Recke dann von Anfang an das erste Mal gegen, das war es am Wochenende, Tecklenburg. Reingekommen in der 70. oder so. Ja, läuft im Moment, kann man sagen. Gut, ich hoffe, das bleibt so und viel Spaß heute noch. Ja, schönen Sonntag noch. Und dir auch. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, weil er grauen kann. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem Spiel, das ist. Ich bin zufrieden mit dem Spiel. Und ich bin zufrieden mit dem Spiel. Ich bin verhasen, heute hast du auf Kamera. Warum haben wir die Kamera mit, oder? Ehre wird Ehre gewöhnt. Oh, du stinkender, schwitzender Typ. Auf und an sich, kein einfaches Beweb! Hurra! 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 Und auf schöne Tüte! Aber ich Tüte! Hu 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 hu!